Der Urknall. Aus dem Nichts entsteht ein Universum, das unsere Vorstellungskraft für immer anregen wird. Sterne werden geboren, Sterne sterben, Galaxien entstehen, Sonnensysteme bilden sich. Lernen Sie alles über die faszinierenden Kräfte, die unser Universum erschaffen haben. Bei Space Intelligence die Enträtselung des Kosmos. So sieht unser Universum vor 13,8 Milliarden Jahren aus. Ein Punkt in Raum und Zeit, auch Singularität genannt. Sie ist kleiner als ein Atom, dennoch befindet sich in ihr die gesamte Masse und Energie des Kosmos. Ein Wissenschaftler hat sie schlicht als Potenzial bezeichnet. Aus unerfindlichen Gründen wird dieses Potenzial plötzlich entfacht. Diese kosmische Energie, der Urknall, entlädt unvorstellbare Kräfte. Das Nichts wird durch grelle, wirbelnde Energie ersetzt. So sieht das Universum eine Milliardstel Sekunde nach seiner Geburt aus. Tief im Inneren, auf molekularer Ebene, herrscht eine extreme Strahlung. Hier befindet sich nukleare Materie, die so heiß ist, dass sie Atome, die sich in anderen Materiebausteinen bilden wollen, sofort sprengt. Etwa eine Mikrosekunde nach dem Urknall. Wenn wir die Ausdehnung des Universums von einem Lichtjahre entfernten Aussichtspunkt beobachtet hätten, wären wir Zeugen der Entstehung des Raums geworden und hätten die Bewegung der Energiewellen verfolgt. Innerhalb einer Millionstel Sekunde hat das Universum bereits die Größe unseres Sonnensystems und die Dichte des Sonnenkerns. Von einem Augenblick auf den anderen verdoppelt es seine Ausdehnung. Es entsteht immer mehr Raum. Über die Grenze der Materie hinaus existiert bisher nichts. Biegend und faltend breitet sich die Energie zunehmend aus. Nicht alle Wissenschaftler sind sich darüber einig, wie diese Ausdehnung ausgesehen haben könnte. Im Nichts existiert weder Zeit noch Raum. Dennoch versuchen wir darzustellen, was nicht wahrnehmbar ist. Falls es möglich gewesen wäre, die Ausdehnung zu beobachten, hätte sie wenige Momente nach dem Urknall etwa so aussehen können. Die chaotische Erschaffung von Raum und Zeit. An den Rändern sehen wir den Stoff, aus dem unser Universum ist. Aus dem Nichts entsteht alles. Während an den Rändern Raum und Zeit entstehen, kann man auf molekularer Ebene ein Meer aus Partikeln beobachten. Die Temperaturen fallen auf etwa eine Milliarde Grad. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man Wasserstoff- und Heliumkerne. Das Universum kühlt ab. Nun können sich Atome bilden. Und diese Chance nutzen sie. In diesem Stadium kann man unser Universum noch nicht erkennen. Minuten werden zu Stunden, Stunden zu Jahren, Jahre zu Jahrhunderten. Und es besteht immer noch aus einer heißen Masse aus Plasma und Strahlung. Aber der Abkühlungsprozess dauert weiterhin an. Während es sich über Hunderttausende Jahre abkühlt, verändert sich die Dichte und die Materie zerteilt sich. Diese Ära überspannt viele Millionen Jahre. Sterne und Galaxien lassen noch lange auf sich warten. Bevor wir sehen, wie Sterne geboren werden und sich der Raum erhält, beobachten wir, wie sich unser Universum weiter ausdehnt. Die gesamte Evolution des Universums wird durch eine Konstante geprägt. Seine fortwährende Ausdehnung. Stellen Sie sich einen dreidimensionalen Luftballon vor, der langsam aufgepustet wird. Während sich der Ballon aufbläht, verändert sich die Entfernung zwischen den Sternen und Galaxien. Und sie bewegen sich immer weiter weg vom Zentrum des Urknalls. Der Raum wird immer riesiger, doch die Sterne und Galaxien behalten ihre Größe. Das Universum dehnt sich weiter aus. Nichts kann es mit der Macht des Urknalls aufnehmen. Dennoch herrschen hier Kräfte, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen und genauso erstaunlich sind wie die Entstehung von Raum und Zeit. Selbst viele Millionen Jahre nach dem Urknall gibt es noch keine Sterne im Universum. Aber erste Versuche werden bereits gestartet. Der Samen der frühen Sterne wird in gewaltigen Wasserstoffwolken gepflanzt, die so dicht sind, dass sie zahlreiche Explosionen mit der Kraft vieler Wasserstoffbomben entzünden. Leuchtende, kurzlebige Kolosse werden geboren. Etwa 100 Mal so groß wie unsere Sonne und Millionen Mal so hell. Auch wenn diese Protosterne nur kurze Zeit brennen, etwa eine Million Jahre, verändert sich das Universum dadurch grundlegend. Das dunkle Zeitalter ist vorüber. Alles, was wir heute sehen und berühren können, entsteht aus diesen frühen Sternen. Unser Sonnensystem nimmt vor etwa 4,6 Milliarden Jahren Gestalt an. Es entwickelt sich aus den Überresten einer Supernova. Interstellares Gas und Staub vereinigen sich in einer Molekülwolke, die unter dem Namen Solarnebel bekannt ist. Als die Wolke kollabiert, entsteht im Zentrum ein heißes, nukleares Feuer. Das ist die Geburt unserer Sonne. Starke Sternenwinde verbreiten Gas, Staub und Schutt von diesem Stern im Raum. Es entstehen Klumpen molekularer Materie, die den Stern umkreisen. Sie bilden die Grundlage für die Entstehung unserer Planeten. Während sie sich durch das frühe Sonnensystem bewegen, verbinden sie sich zu größeren Formationen. Nach einiger Zeit sind die Brocken so groß, dass sie eigene Gravitationsfelder aufweisen. Diese Gesteinsplaneten kreisen alle annähernd mit derselben Geschwindigkeit um die Sonne. Das erleichtert es ihnen, miteinander zu verschmelzen. Dieser Prozess nennt sich Akkretion. Auf diese Weise nimmt unser Sonnensystem Form an. Aber nicht alle Himmelskörper finden einen Platz in der Umlaufbahn der Sonne. Einige vereiste Brocken fliegen als Kometen durch den Raum und erreichen so die entferntesten Stellen unseres Sonnensystems. Nachdem die Gesteinsformationen zwei Millionen Jahre um die Sonne gekreist sind, verwandeln sich die größeren von ihnen in frühe Planeten. Und jeder davon beansprucht seinen eigenen Platz im Raum. Sie bilden eine protoplanetare Scheibe in einer gefährlichen Ecke des Weltraums. Nachdem diese frühen Planeten groß genug geworden sind, werden sie durch die Gravitation und den Strahlungsdruck in Sphären verwandelt. Diese Form bildet eine Konstante in unserem Universum. Von Planeten über Sterne bis zu Molekülen und Zellen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Sie alle führen einen ähnlichen kosmischen Tanz auf. Ob Elektronen, die einen Atomkern umkreisen, Unser Mond, der sich in etwa 380.000 Kilometern Entfernung um unsere Erde bewegt. Oder benachbarte und weit entfernte Planeten, die um die Sonne kreisen. Sie alle bilden Sphären. Nach einem hitzigen und chaotischen Start hat unser mittlerweile 4,6 Milliarden Jahre altes Sonnensystem ein harmonisches Gleichgewicht gefunden. Die Sphären um unsere Sonne verlaufen in perfekter Harmonie. Doch im Weltraum bleibt nichts auf Dauer konstant. 200 Millionen Jahre nach dem Urknall sieht unser Universum völlig anders aus als heute. Es gibt weder Galaxien noch Planeten. Nur Gaswolken und einige instabile Sterne namens Protosterne. Diese massiven Feuerbälle verbrennen den in ihnen enthaltenen Wasserstoff, bis sie schließlich kollabieren. Die Geburt einer Supernova. Ihr Licht kann eine ganze Galaxie überstrahlen. Doch die Explosionen der Protosterne haben nicht nur das Universum erleuchtet. Sie haben auch die umliegenden Gaswolken mit Elementen geschwängert, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel Kohlenstoff und Sauerstoff. Und dadurch ihre chemische Zusammensetzung verändert. Im Inneren der Wolken löst die Kernfusion von Kohlen und Sauerstoff gewaltige chemische Reaktionen aus. In diesem ganzen Chaos entsteht die zweite Generation an Sternen. Diese erinnern an unsere Sonne und sie verhalten sich auch ähnlich. Sie vereinen sich größtenteils zu Zwerggalaxien. Dieser dichte Gas- und Staubball ist eine sogenannte Starburst-Galaxie und zählt zu den ältesten Galaxien im ganzen Universum. Aber wie bilden sich Galaxien? Galaxien wie unsere Milchstraße. Galaxien wie unsere Milchstraße. Musik Galaxien wie unsere Milchstraße. Musik Musik Genauso groß wie die Galaxie selbst sind die Kräfte, die in ihrem Zentrum wirken. Musik Kein Stern lebt für immer. Aber einige werden als Neutronenstern wiedergeboren. Viele Neutronensterne werden von Akkretionsscheiben umgeben, genau wie der Saturn. Diese extrem dichten Sterne sind mit einem Durchmesser von 20 Kilometern ziemlich klein. Kleiner als New York City. Aber sie verfügen über mehr Masse als unsere Sonne. Ihre enormen Gravitationsfelder krümmen das durchströmende Licht. Einige Neutronensterne haben Anziehungskräfte, die 100 Milliarden Mal stärker sind als die Gravitation auf der Erde. Musik Wie lässt sich diese Gravitationskraft erklären? Stellen Sie sich Folgendes vor. Die Materie in einem Neutronenstern ist so dicht, dass ein zuckerwürfelgroßes Stück etwa so viel wiegen würde, wie der Mount Everest. Mehr als 450.000 Tonnen. Die Kraft der Anziehungskraft auf einem Neutronenstern ist also vergleichbar mit der Komprimierung des Mount Everest auf einen Kaffee-Löffel. Musik Manche Neutronensterne haben magnetische und rotierende Achsen, die falsch ausgerichtet sind. Sie rasen unkontrolliert durch den Raum und bringen ihre Umgebung zum Leuchten. Erst 1967 entdecken Wissenschaftler einen solchen blinkenden Stern in weiter Entfernung. Sie sehen die Strahlen eines speziellen Neutronensterns, eines Pulsars. Musik Der erst kürzlich entdeckte Millisekunden-Pulsar trägt den Beinamen schwarze Witwe, da er einem Partnerstern, mit dem er alle 93 Minuten den gemeinsamen Schwerpunkt umkreist, das Leben aussaugt. Der Pulsar absorbiert durch sein gigantisches Magnetfeld Masse von seinem Partner. Er bewegt sich mit 400 Umdrehungen pro Sekunde fort und sondert dabei einen pulsierenden Lichtstrahl ab. Zum Leid des Partnersterns ist dieser atemberaubende Tanz nur von kurzer Dauer. In nur 100 Millionen Jahren wird die schwarze Witwe ihren Partner verschlungen haben. Musik Das Universum ist voller Kräfte. Einige davon sind wunderschön, andere unvorstellbar kraftvoll und gewalttätig. Musik Ein Kieselstein mit unerheblicher Masse. Aber was passiert, wenn er mit ausreichender Kraft auf einen Asteroiden trifft und diesen aus seiner Bahn wirft? Musik Willkürliche Kollisionen dieser Art finden vor Milliarden Jahren, als sich unser Sonnensystem bildet, viele Millionen Male statt. Ein zufälliger Zusammenstoß verändert die Bahn eines Objekts so minimal, dass diese sich tausend Jahre später auf Kollisionskurs mit einem frühen Planeten befindet. Musik Kollisionen wie diese tragen zur Entstehung aller Sonnensysteme und Galaxien bei. Musik Ein neues Schuttfeld ist geboren und ein Planet erhält einen neuen Krater. Die Schwerkraft wird den Großteil des Schutts wieder anziehen. Aber einige Brocken lösen und vereinen sich zu weiteren Klumpen, die sich auf die Reise durch das All machen. Musik Vor viereinhalb Milliarden Jahren sorgt einer dieser Reisenden für eine Kollision, die alles verändern wird. Wissenschaftler sprechen vom Giant Impact. Musik Musik Ein maßgroßer Protoplanet namens Theia ist auf Kollisionskurs mit der frühen Erde. Der Aufprall hat verheerende Auswirkungen. Theia reißt die Erde bis zum Erdkern auf. Materie aus dem Erdmantel und die Überreste von Theia werden in die Umlaufbahn geschleudert. Der Schutt, der bei dieser Kollision entsteht, Staub, Gestein und geschmolzene Lava aus dem Erdkern, bilden den steinigen Trabanten, den wir unseren Mond nennen. Musik Musik So zerstörerisch und furchteinflößend der Einschlag auch war, er hat unser Schicksal bestimmt. Ohne ihn gäbe es den Mond nicht, wodurch die Evolution nicht möglich gewesen wäre. Es hätte nie Leben gegeben. Musik An anderer Stelle im All finden Zusammenkünfte statt, die so groß sind, dass sie aus einem Science-Fiction-Film zu stammen scheinen. Spektakuläre Kollisionen in dichtgepackten Sternenhaufen. Man geht davon aus, dass sie auftreten, wenn ältere, kleine Sterne durch Gravitation zueinander hingezogen werden. Sie umkreisen sich immer enger. Manchmal pflügt ein kleinerer durch einen großen hindurch. Musik Dieser Solartanz findet in Galaxien im gesamten Universum in unvorstellbaren Ausmaßen statt. Sonnengroße Sterne rasen mit extrem hohen Geschwindigkeiten aufeinander zu. Bis sie schließlich zusammenprallen. In einer gewaltigen Kollision voller Licht, Gas und Schutt. Das Ergebnis ist ein Stern, der deutlich blauer ist als die meisten in diesem Sternenhaufen. Ein sogenannter blauer Nachzügler. Der Zusammenstoß mehrerer Sterne ist aber nicht die größte Kollision, die das Universum zu bieten hat. Das Hubble-Weltraumteleskop hat erst kürzlich zwei Sternenhaufen entdeckt, die auf Kollisionskurs innerhalb der gewaltigen Magellanschen Wolke namens 30 Dorados oder Tarantelnebel sind. Die Gravitationskräfte ziehen die Sternenhaufen in dieser 170.000 Lichtjahre entfernten, sehr dichten, außergewöhnlich hellen und gasreichen Region immer mehr aufeinander zu. Astronomen gehen davon aus, dass sie Zeugen einer merkwürdigen und gewaltigen Kraft und der Entstehung einer leuchtenden neuen Umgebung im Inneren des Tarantelnebels werden. Und während diese Umgebung entsteht, bleibt nicht jeder Stern dort. Wissenschaftler haben einen Ausreißerstern entdeckt, der sich von der gewaltigen Fusion im Inneren von 30 Dorados entfernt. Genau wie unsere Sonne bewegen sich die meisten Sterne in angemessener Geschwindigkeit fort. Dieser hier nicht. Wissenschaftlern zufolge wurde mindestens ein Stern während einer interstellaren Kollision ausgestoßen. Dieser gigantische Gesteinsbrocken ist 90 Mal schwerer als unsere Sonne und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 400.000 kmh fort. Man nimmt an, dass dieser Ausreißer bereits 375 Lichtjahre von seiner stellaren Heimat entfernt ist. Eine Sternschnuppe der ganz besonderen Art. Gleich werden wir eine Kollision miterleben, die sich vor 20 Jahren relativ nah an der Erde abgespielt hat. Kameras haben jeden einzelnen, atemberaubenden Moment mitgefilmt. Am 24. März 1993 entdecken die Astronomen Carolyn und Eugene Shoemaker gemeinsam mit David Levy in einem Observatorium in Kalifornien einen Kometen, der um den Jupiter kreist. Die NASA richtet das Hubble-Weltraumteleskop auf den Jupiter aus. Und die Raumsonde Galileo ist bereits auf dem Weg, um dem Ereignis beizuwohnen. Zum ersten Mal in der Geschichte können wir den Einschlag eines Kometen auf einem anderen Planeten als der Erde beobachten. Weitere Beobachtungen offenbaren, dass der Komet, der mittlerweile den Namen Shoemaker-Levy 9 trägt, einst Bestandteil eines viel größeren Kometen war, der von der Gravitationskraft des gigantischen Planeten angezogen wurde. Nach einer weiteren nahen Umrundung ist dieser zerbrochen. Diese Ansammlung von Kometentrümmern erstreckt sich über mehr als 1,1 Millionen Kilometer durch das All und soll im Juli des folgenden Jahres mit dem Jupiter kollidieren. Anfang Juli 1994 regnet es Meteoritenschauer auf den Jupiter. Nach und nach rasen die größeren Fragmente von Shoemaker-Levy 9 mit einer Geschwindigkeit von 60.000 Metern pro Sekunde durch die Atmosphäre des Jupiter. Einige verdampfen sofort. Aber die massiveren Brocken werden dank der starken Anziehungskraft des Jupiter zu gigantischen Feuerbällen, die den Planeten mit Schockwellen überziehen. Sie reißen ein Loch in die Atmosphäre, das größer ist als die Erde. Die Narben der Einschläge sind deutlich sichtbarer als der große rote Fleck. Sie halten mehrere Monate an. Das ist die erste direkte Beobachtung einer extraterrestrischen Kollision in unserem Sonnensystem. Und eine brachiale Demonstration der Anziehungskräfte des Jupiter. Der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. 60 Monde umkreisen ihn. Die vier größten davon wurden vor mehr als 400 Jahren vom Astronomen Galileo Galilei entdeckt. Doch er verfügt auch über Dutzende kleinere, unregelmäßig geformte Monde. Der Planet sammelt Objekte im All auf. Die größten Planeten in unserem Sonnensystem umlaufen die Sonne außerhalb des Asteroidengürtels. Das sind die sogenannten Gasriesen. Saturn, Uranus, Neptun und Jupiter. Er mag wie ein riesiger Gesteinsbrocken wirken, aber er besteht tatsächlich größtenteils aus Wasserstoff und Helium, gemischt mit ein wenig Ammoniak und Methan. Dieser mächtige Planet ist also letztendlich nur eine riesige Ansammlung von Gasen. Man könnte unmöglich auf seiner Oberfläche stehen, sondern würde direkt einsinken, bis man schließlich vom intensiven Druck zerquetscht werden würde. Das wäre vergleichbar mit einem Besuch des Meeresbodens ohne Unterseeboot. Wenn man auf ihm stehen könnte, würde man vor allem seine gewaltige Gravitationskraft zu spüren bekommen, die zweieinhalbmal so stark ist wie die Erdanziehungskraft. Nehmen wir an, ein gesunder, 90 Kilogramm schwerer Astronaut macht diese Erfahrung. Auf der Erde mag er 90 Kilogramm wiegen, aber auf dem Jupiter entspräche das einem Gewicht von 220 Kilo. Versetzen wir ihn nun auf die Oberfläche des Pluto, der nur über ein Fünfzehntel der Anziehungskraft der Erde verfügt. Hier wiegt der 90 Kilogramm schwere Astronaut nur sechseinhalb Kilo. Wenn man im All über der Erde schwebt, scheint es keinerlei Gravitationskraft zu geben. Doch die Anziehungskräfte herrschen im ganzen Universum. Die Gravitation sorgt dafür, dass die Planeten um die Sonne kreisen. Außerdem hält sie die Materie zusammen. Ohne sie würde nichts mehr bestehen. Es gibt allerdings ein paar mysteriöse Orte, an denen die Gravitation und die Gesetze der Physik völlig außer Kraft treten. Das könnte auch der Erde blühen, wenn sie zu nah an ein schwarzes Loch geraten würde. Schwarze Löcher haben sich bereits kurz nach dem Urknall gebildet. Sie entstehen, wenn ein gewaltiger Stern kollabiert und eine Supernova auslöst. Versuchen sie sich eine gewaltige Explosion außergewöhnlichen Ausmaßes vorzustellen, bei der kein Ton zu hören ist. Da das All ein luftleerer Raum ist, wird kein Schall übertragen. In fälliger Ruhe erstrahlt die übernatürliche Schönheit der Geburt eines schwarzen Loches. Im Gegensatz zum Schall reist Licht in Form von Wellen durch das All. Es enthält elektromagnetische Energie. An manchen Stellen im Universum herrschen so starke Kräfte, dass Sterne komprimiert und verschluckt werden können. Die Gravitationskräfte in schwarzen Löchern sind so mächtig, dass nicht einmal das Licht entkommen kann. Stellen Sie sich vor, ein Ozeandampfer würde durch das All treiben. Die Bewegungen der Sterne und schwarzen Löcher produzieren Gravitationswellen, die Materie anziehen. Diese nähert sich unaufhaltsam einem Energiestrugel. Wenn sie zu nah an ein schwarzes Loch kommen, können selbst riesige Massen wie Sterne dieser Anziehungskraft nicht mehr standhalten. Um ihr entgehen zu können, müsste man schneller als das Licht sein. Mit anderen Worten, es gibt kein Entkommen. Unser Ozeandampfer hat keine Chance. Die NASA hat bereits damit begonnen, das Universum mit Satelliten und Weltraumteleskopen nach schwarzen Löchern und anderen astronomischen Phänomenen abzusuchen. Aber was, wenn wir eines Tages tatsächlich eines dieser kosmischen Rätsel aus nächster Nähe beobachten können? Wissenschaftler haben in der Milchstraße eine ganze Reihe schwarze Löcher entdeckt. Wenn diese groß genug sind, können sie benachbarte Sterne, Planeten und sogar kleinere schwarze Löcher verschlucken. Niemand weiß, wie viele es wirklich gibt. Vielleicht Milliarden. Zukünftige Weltraumforscher sollten eine gewisse Distanz zu schwarzen Löchern wahren. Sonst wird die extreme Gravitation wie eine unsichtbare Hand nach ihnen greifen und ihrer Reise ein grauenhaftes Ende bereiten. Wenn ein Raumschiff oder ein Planet den sogenannten Ereignishorizont erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Die Anziehungskraft eines kleinen schwarzen Loches wird in Richtung seines Zentrums stärker. Wenn sich Objekte dem Ereignishorizont nähern, werden sie in lange, dünne Formen gezogen, bis ihre Materie schließlich auseinandergerissen wird. Ein weiteres Gedankenspiel. Angenommen, die NASA würde drei Raumsonden aussenden, um ein schwarzes Loch zu erforschen. Sie könnten bis zum Erreichen des Ereignishorizonts Daten sammeln und diese zur Erde schicken. Dann würden sie der sogenannten Spaghettisierung unterzogen werden. Diese würde eine Mikrosekunde andauern, bevor die Sonden schließlich ausradiert werden. Am Ereignishorizont wird das Licht gekrümmt und Photonen werden für immer gefangen. Nichts kann diesen Ort verlassen. Hier treten alle Gesetze der Physik außer Kraft. Nicht einmal die Kräfte oder das Licht eines explodierenden Sterns können entkommen. Weder Mensch noch Maschine können die folgenden Ereignisse übermitteln. Wenn wir einen letzten Blick auf unser Universum werfen könnten, wie lange würde es dann dauern, bis alles, was wir kennen, in der Dunkelheit versinkt? Tief im Inneren dieses Gefängnisses soll es einen Ort geben, an dem sich Photonen ansammeln. Hier herrschen höllische Temperaturen von bis zu 20 Millionen Grad, die alle Neutronen schmelzen lassen. Was würden wir sehen, wenn wenigstens ein wenig Licht auf die Erde zurückstrahlen würde? Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Krümmung der Raumzeit, durch die zwei weit entfernte Orte durch einen theoretischen Tunnel miteinander verbunden werden können. Diese sogenannten Wurmlöcher stellen also Abkürzungen innerhalb der Raumzeit dar. Ist es tatsächlich möglich, dass Wurmlöcher als Brücken und Tore zwischen verschiedenen Orten in unserem Universum dienen? Könnten sie eines Tages von uns genutzt werden, wie Tunnel durch einen Berg? Die Kräfte, die in unserem Kosmos herrschen, sind extrem. Erleben Sie nun eine Vorschau auf das Ende unseres Universums. Aber keine Sorge, wir werden es nicht persönlich miterleben. Das Hubble-Weltraumteleskop wurde 1990 ins All geschickt und umkreist seitdem die Erde. Es liefert Wissenschaftlern regelmäßig Bilder, die ihnen dabei helfen sollen, in einige der großen Rätsel des Universums zu entschlüsseln. Im Inneren befinden sich zahlreiche Kameras. Einige davon sind so lichtempfindlich, dass sie kaputt gehen würden, wenn sie Aufnahmen eines Sterns machen würden, den man mit bloßem Auge erkennen kann. Diese Kameras blicken tief ins All, zu den schwächsten von allen Sternen. Das älteste Licht des Universums. Ab 1995 fängt das Hubble-Weltraumteleskop Aufnahmen eines kleinen Teil des Sternenhimmels ein, in dem sich tausende Galaxien befinden. Diese Beobachtungen bieten tiefe Einblicke in die Vergangenheit. Und diese Vergangenheit zeigt uns, wie unsere Zukunft aussehen wird. Das Universum mag durch den Urknall entstanden sein. Aber es gibt verschiedene wissenschaftliche Theorien bezüglich seines Untergangs. Wird unser Universum letztlich schockgefroren? Endet es mit dem Big Rip oder doch mit einer Art umgekehrten Urknall? Beginnen wir mit der friedlichsten Theorie, um uns an den Gedanken gewöhnen zu können, dass irgendwann alles enden wird. Danach arbeiten wir uns zu den absoluten Horrorszenarien vor. Einer Theorie zufolge dehnt sich das Universum unendlich aus. Die Galaxien driften immer weiter auseinander. Das ist die Big Chill Theorie. Nach vielen, vielen Jahren beginnen die Sterne, ihre Energie zu verlieren. Einer nach dem anderen stirbt ab. Und der Himmel verdunkelt sich zunehmend. Das Universum dehnt sich weiterhin langsam, aber unaufhaltsam aus. Bis es schließlich zu einem sehr kalten und dunklen Ort wird. Die Erde erleidet das gleiche Schicksal. Das Licht und die Wärme der Sonne werden mit der Zeit abnehmen. Unsere majestätische Sonne wird letztendlich all ihren Wasserstoff aufgebraucht haben und sich in einen roten Riesen verwandeln, bis sie schließlich erlöscht. Letztlich wird das ganze Universum schockgefroren. Aus unbekannten Gründen dehnt sich das Universum seit dem Urknall immer schneller aus. Astronomen schreiben diese fortdauernde Expansion der sogenannten dunklen Energie zu. Über diese ist bisher nicht viel bekannt. Aber Wissenschaftler gehen davon aus, dass unser Universum zu etwa 70 Prozent aus ihr besteht. Einstein war der Erste, der realisierte, dass der kosmische Leerraum besondere Eigenschaften aufweist. Er sagte voraus, dass dieser auch seine eigene Energie haben könnte. Das bringt uns zu unserem zweiten Untergangsszenario. Falls Sie den Big Chill schon als brutal empfunden haben, sollten Sie jetzt lieber die Augen schließen. Da immer mehr Raum entsteht, nimmt auch die Menge an dunkler Energie zu. Was dazu führt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Schließlich setzt die Gravitation aus. Der sogenannten Big Rip Theorie zufolge dehnen sich die Galaxien immer weiter aus. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, der Ausdehnung, werden Moleküle und Atome zerrissen. Letztlich trifft es ganze Sterne und Planeten. Alles, was sich im Universum befindet, wird zerfetzt, da keine Anziehungskräfte mehr existieren. Alles wegen der mysteriösen dunklen Energie, dem theoretischen Krebsgeschwür des Weltraums. Der Urknall mag explosiv gewesen sein, aber Big Rip wäre deutlich gewaltsamer. Doch diese Theorie hat auch eine gute Seite. Physikern zufolge wird der Big Rip frühestens in 22 Milliarden Jahren stattfinden. Das letzte Untergangsszenario könnte man auch als große Zusammenkunft bezeichnen. Aber es wird ein unangenehmes Treffen. Stellen Sie sich vor, alle Sterne, Planeten, Sternennebel und Galaxien würden zu einem Punkt im Universum gezogen werden. Unser gefüllter Ballon verliert Luft. Alle Objekte in unserem Universum vereinen sich in einem supermassereichen schwarzen Loch. Dieses Szenario ist unter dem Namen Big Crunch bekannt. Und Sie ahnen sicher schon, wie es aussehen wird. Es ist eine Art umgekehrter Urknall. Innerhalb von 10 bis 20 Milliarden Jahren wird die gesamte Materie in einer unendlich dichten Region mit keinerlei Volumen kollabieren. In einer Singularität. Und dann beginnt vielleicht, aber nur vielleicht, alles nochmal von vorn.